meine aufnahme ja ich nehme das hier gerade auf nachweg hat wie malin ja ich bin psychisch gefühlt am ende aber egal ich spiel selbst so geführt die maß danke dass wir zwischenredet aufwand ich bin seit einer langzeit wie mit dir auf und du redest dazwischen ja was soll ich mal kann bei mir koop kann die hornmodus oder was online koop option spieleauswahl nur freunde privat offen für alle nur freunde solch nur freunde privat machen feuer fertig voller schaden leichter schaden oder aus damit sie sich abknallen können gibt auch wieder okay ich gehe mal deine nacht ist nicht auf offene neue spiel oder einfach normal hardcore du gewies die gefahr wie gefällt die art und reise wie das spiel eigentlich gespielt werden soll soll ich normale hardcore machen ich meine schlimmer als malin ja geht es wohl nicht hier ach na gut helligkeit lasse ich einfach so ich bin faul du sagst es bescheuert als gta dann muss es aufgenommen werden unsere bescheuerten aufladen müssen die öffentlichkeit aber noch kein out of context machen okay freund einladen sollte ich jetzt schon einladen oder bis noch im boden ist teilweise versuchen komm rein raus aus paula lenz im sps 5 ps 4 kompaktive lieben wie bei beide 24 20 42 was ist davon ist jetzt beschönlich story die waffen oder also auf die kopf die dumm also wie in gta penetrant und quäuern immer umbringen dabei war schon ein fehler macht spieler rauswerfen ich glaube du bist drin oder ach so sag's doch ich bin gespannt wie es ist ich mein gta war jetzt nicht so mein fall außer autos ich hatte keinen anderen grund für gta außer die autos ein auto holen auf motzen schön machen fertig das gefällt mir auch detaillierteil sind nicht vor spiel vorher kenne ich diese musik warum habe ich star wars flashbacks das ist sowas als star wars die musik auch noch ja weil er mich so sehr star wars komm schon jeder kennt das er mich trotzdem was da haben was ist das eine parodie an star wars dann ist das spiel für mich scheiß auf pierce ich kann nicht schnell genug lesen was soll das soll ich überspringen oder wie geht das du hast mit überspringen abgestürmt abwärts 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 bin ich oder morgen denke ich an an feit warum denke ich an feit Was? Was ist der Teufel? Ich hab hier den Vorfall den meisten gescheuert haben. War das so ein Guckus-Kamera? Das hat doch Sicherheit-Memes drin, oder? Ich hab ihn nicht vorhin verpumpen. Das ist einfach eine Werbung gewesen. Panische Werbung, das erklärt! Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Endlich. So schön. Kann ich noch? Drei Fall. Ich meine, dass ich sicher estabil Calvin grüßet. Ich ging auf dem Foto! Ja, das gefällt mir schon mehr. Okay. Kann man auch dich benutzen? Ah, okay. Das sieht so dumm aus mit der Maske. Das ist genau das gefällt mir. Ich hab endlich Booty! Jaaaa! Verneckt nicht Booty! Und müssen wir hin? Das ist jetzt ein Juntschützchen noch, dein Scheiß-Eck? Kann man das denn... Oh. Das ist mies... Komm, wir gehen einfach durch. Wir brauchen ja nicht, uns so auszumachen. Das ist der Fall. Es ist gut, Neff. Dann komm mal raus! Kann man sich auch... Kann man auch nachkommen? Was ist? Das hab ich vorher! Wie geht nachkommen? Einfach... Das ist? Trinken? Okay. Kann man sprinten? Ah, okay. Ich hab' immer... Ich hab' immer... Wann ist das Ding? Bereit für Plan B? Ja. Josh! Komm mal hier! Ich hab' die Tools hier, Holmes! So, äh, was ist Plan B? Hä? Drillen? Ha, fuck no! Wir blow'n! Was? D... Nicht cool, Mann! Junge! Ich hab' die romance. Du brusch. Kannst du Zeit sagen? Was ist hier? Auf geht's! Schaundi! Wir brauchen eine Talk- Wir machen wirklich nicht. Es ist nur... Oh, okay. Wenn ich hier sterbe, ich will nichts verletzte. Oh, ich hab mir das Genickel gebrochen. Das Spiel ist so verwirklichend für mich. Für mich einfach nicht. Nicht sein. Okay, was jetzt? Ja, ich hab eine Pistole. Was ist die? Du denkst, du kannst uns stoppen? Was? Habe ich ihn wirklich in die Hut gekriegt? Habe ich ihn wirklich in die Hut? Habe ich ihn wirklich in die Hut? Ich glaub, das hat er nicht überlebt. Habe ich ihn auch die Gegner, oder? Habe ich ihn wirklich in die Hut? Du hast ihn gerade fertig gemacht? Ich tue einen Schuss. Äh, ich kriegst mir so einen Schuss. Was ist der Plan außer ich... Ach so, das hier? Warte, haben wir da nicht Zeit? Ich... Du warst verrückt, ich hab dich bei GTA. Jaaaa! Kann ich bitte irgendjemanden ohne einen Helikopter für machen? Äh, Helikopter, bitte! die schießen erster auf den Scheiß, den die Koppeln knarren die wenn ich mich in die Koppelkoppeln aus so so und was geht überhaupt nicht mehr so hoch das ist so gut der ein die kompletten Kappapphoff auf der Fülle die Mitglieder der Abteilung ist und um die gesamte zu tun mit dem Klau mit dem Konflikt der Tätig auf als man für die als er für die Kühne Sprengen Oh, okay. Ja, natürlich geht er von. Die schaffen es aber nicht, die Kresource holen, oder? Ähm... Oh, shit. Ein Guterüberfälle schieflaufen geschafft. Okay, Fortfrage. Respekt. Äh... Nicht ganz viel. Tote Präsidenten. Schaffe, wenn gute Überfälle schieflaufen. Okay. Mein erster Trophäe. Alter, die... Ich sag's mal nicht. Nee. Ich glaub, ich nehm den D-Dude. Ich bin... Oh, was? Okay. Wieso würde man denn eine... Ich kann meinen Charakter jetzt übelst alt machen, wenn ich Bock hätte. Ich glaub, ich lass meine Charaktere einfach so wie gesehen. Was hast du eigentlich genommen mit deinem Charakter? Was hast du mit den... Soll ich die Augen... Ich weiß nicht, was ich verändere, ich bin nicht so der große Veränderer. Wie hieß mit dir aus? Bist du so der große Veränderer? Wale, was? Sex-Appeal? Revolution oder Evolution? Das hier hat die schicke Kleidung. Ja, die Kleidung sind schick aus. Wie kann man... Persönlichkeit? Warte, was? Achso, ich dachte, man kann... Ich dachte, man kann es schon aus... ...der Persönlichkeit die es hundere machen. Fuck. Ich glaub, ich nehm auch noch nen Männlichen fertig. Zack. Das ist wie, so wie Zeit hier verschwindet mit dem Charakter einstellen. Das kann ich ja privat machen mit dem eigenen Charakter. Die kann ich mein eigenes... Der Zahn? Wie, ich finde einen hier drin, oder? Sagen wir es bitte nicht, dass du... ...dass du einen auf Adrian gemacht hast. Weißt du, was Anthony Henry angestellt hat mit seinem Charakter? Ich habe nur ältesten Schädel, dieser blaue Typ. Ja, ich bin Philippe Laurent. Ich bin Philippe Laurent, der eine Multinational-Organisation von der Synecate. Ich habe das nie gehört. Ich bin nicht sicher, oder Sie würden nicht die Bank nicht verraten. Vielleicht wundervere ich warum Sie noch nicht in diesem Moment wundervieren. In der Tat, wundervere ich mich, warum mein Knot auf deine Aas an diesem Punkt. Wie es oder nicht, Herr Gatt, unsere Organisation ist in der Stillwater. Ich wünsche Ihnen die Chance, um Ihre Assetzungen gegen Ihre Leben zu tun. Frau, Sie? Was? Was ist das? Ach, ich bin Belgier. Wir haben keine Waffen. Der müsste sowas mit Wut sein tun. An sich stimmt das. Wir müssen Johnny ins Krieg. Oh, wir haben Fäusten dieses Mal. Was? Was war ich jetzt? Hast du das gesehen? Was? Lass uns sehen, was ich getan habe. Ich hab die Aido. Hast du mich gerade genommen? Halt! Hier bin ich. Hier, guck mal. Hier ist ein bisschen relaxer Musik für Ihre Ergleichung. Aua! Wie diese, 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 diese. Ja! Ja! Ja, los! Ah, ich bin so einig, ich bin... Ah, der ist tot, oder? Hm? Alright, motherfuckers! Ich bin jetzt! Hm, 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 hm. Du brauchst mehr Hilfe als das, Frischi? Ich bin Belgier. Ich werde das gleiche, das nicht zuhörte, von dir aus. Oh, ja? Du und wie viele von dir... O.M.A. Fuck. Ups, eben in den Hals geschossen. Er ist tot. Ist das immer noch der Volk? Guck! Huuuuh! Ah, fucken Gegner! Guck! ich warte nur darauf, wie die Antwort blühen. Du auch? Das Spiel ist so gescheuert. Gescheuert ist gescheuert, ich weiß da keinen Unterschied. Ach, sag's doch. Nee, nach links, nach oben, so. Oh, komm! Nachladen. Aua! 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 Ab ins Auto! Aua! Das wär's ja toll. Was ist das da? Ich meine nicht an die Klingeln, sondern die Ektion. Dürfen, das ist ein bisschen zu sein. Aua! 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 sie hat sie funktioniert kann ich dir alle bescheuerten Pläne funktionieren okay für bescheuerte der Siebieter laut diesem Motto oder aber er ist ja mein Bescheid den weiß ich bescheuert den habe ich wohl durch einen bescheuerteren Fall als der hier wo sind die Gegner? Acht doch! haben wir wehen? darf ich doch sterben lassen dann das Wut die Rage meine reicht nicht aus Aber Geld, Geld, Geld mäßig doch! Ich hab einen hier mitzuhören, ich hätte bestimmt genügend. Hui Hellenring! Was? Ich hab das verdient. Okay, der sieht interessant aus. Ich dachte, er war halt beim Schülter als Doktor oder sowas. Können wir jetzt jeden umbringen? Oh, ich seh, ich seh! Ich bin frei wie ein Fugel geschafft! Okay. Ich schau nie in die Tifung in deinen Zellen. Okay, mit dem Zellen. Ich werd sie eh vergessen, aber auch gut. Damit sie den verringert oder damit was passiert? Okay. Da, wo ist der Händler? Ich brauche ihn! Gut, jetzt sind wir in der offene Welt, ne? Die roten Punkte sind Feinde, oder? Ja? 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 Du höchstern, eigentlich ist sie, die Filme! Und hierist sie kam. Unsere athletes blicken! We'll surely das Auto liben. Joyce! Komm schon! Komm schon, sie sieht schique aus! die die Schmerzen und so weiter zu tun die 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 Klinik hier die Hälfte am Anfang wieder die Koffer um mich selbst wie die ganze Zeit die Schmerz ein Prozent Prozent Eichwilieber bei der Leitung die Jahrzehnte in die Schöne der CDR wird die Welt sie doch mehr der Gäste zu beitragen der Karte mit dem Militär in der Zeit wenn man kann die Stoßtage verbessern die Worte des Spring Break des Handel und Kammern der Kammer Handbremse nutzen oder nun Bremse Arie Apte Kirsten Beweis Prozent der Säule ist die Kurs bis heute geht bei allen Wünschen und gut zu machen Oh. Mein Auto sieht wunderschön aus. Ich brauche dich! Komm her! Ja! Komm her! Irgendjemand ist besser als ich hier! Was? Wo ist die hin? War das denn auch doch los? Wo ist der hin? Ach, jetzt schläft der. Ey, ich wollte ihn überfahren! Zieh dir das Auto mal an! Sieht das nicht wunderschön aus? Hat er wirklich ein Gewehr da oben drauf, oder was ist das? Wollen wir beide unterschiedliche Autos nehmen? Wollen wir unterschiedliche Autos nehmen? Wie beide? Mal sehen, wo die Frau lieber hin will. Zu mir. Das ist kein Auto! Das ist kein Auto! Polizei Auto! Das muss ich haben! Verpiss dich! Da ist! Was? Oh, die Kop... Ja, Mann! Das gefällt mir! Warte, lächst du jetzt die Frau einfach? Verpiss dich! Du hast kein Kop-Auto! Kann ich die... die Sirenen anmachen! Was ist das? Was ist das? Was im Einsammelt? Gell? Tausend führt nichts! Hä? Hä? Verpiss dich! Das ist mein Auto! Wir haben einen wichtigen Einsatz! Ich... wir machen nur Blödsinn, oder? Effekt da! Wir haben einen wichtigen Einsatz! Ich... wir machen nur Blödsinn, oder? Effekt da! Aber... kann ich die mit meiner... mit meinen Autos... Warte, wie! Ich bin vorbeigefahren! Was? Der in Brand steht. Hääääääääääääääääääääääääääääääääääääää! Hat der Usgan angefahren? ich kann es doch nicht glauben der ist angefahren und zu den granaten waffen verkaufen verbessern was ich verbessern wie kann ich was verbessern ja jetzt aber unterschiedlich bist du ja da ist die verschiedene personen 10.000 falldämpfer ich glaube es hat von 100 auf 10.000 ist klar und dann auf 23.000 20.000 ist klar nahkampf waffen das kauf ich dir ich übernehme ich habe die beste nacken waffen überhaupt kurz ja komm steh auf brudi ach du scheiße das war ja knapp ich vergrüge mich alle befehlen du bum bum oh man wo lang was müssen wir tun du kommst schon nach oder ich glaube unsere frau ist tot ach nett doch nicht wohnen arsch bum ja das war au au verdäulter Die Pose. Okay. Justin. Bau knallt meine Frau alles ab. Autounfall geht Bau. Aua. Die ist doch kein geiler Auto, die man klauen kann. Klauen und nicht kaufen. Weil dann habe ich so viel zwei am Halter, was mir überdeulich ist. Zwei Sterne, wo es gleich drei sind. Boah. Hey, da wollte ich mich gerade klauen. Zu dieb. Ich wollte das Auto klauen. What the fuck? Ich verspiele immer so bescheuert. What the fuck? Ich verspüße mich überall. Wo habe ich mir das Auto geklaut? Ach, wir müssen alle umbringen. Weil das Polizist ein bisschen ausfällt. Das wäre ich auch, weil wir nach der Mission Schlussmacht für diese Aufnahme mehrfach killen können. Ich muss zu meiner stärksten Waffe zurückgreifen. Die Dino. Boom. Der Schulstark. Ist der immer so? Okay. Ich glaube, ich habe meine Leute nicht mit StarCraft für dieses Spiel gefunden. Was hast du gesagt? Nicht kindisch? Irgendwie sowas einfach bescheuert? Wehe. Nicht kindisch. Wir haben die Idee. Lang-Pedis mit dem Huhn-Sack sogar noch dran. War die da nicht kindisch? Ja, ich frage mich. Die Wurzeln im Gesicht ist zu kindisch, aber das hier nicht. Okay. Ich habe kein Sprich. Ich habe keine Frage. Hallo, unsere Frau. Nicht viel Muuny. Okay, dann kann ich die gesamte Arbeit hier überlassen, theoretisch. Ich weiß aber, wenn man zu faul ist. ich habe nur was ich habe nun kaputt gehört und zu Das ist ein guter Aufschritt, wir können uns stehen lassen. Wie jetzt sicher? Haben wir da nicht die Mütte? Ja! Komm zu mir! Ach, die Grünen darf ich nicht angreifen! Oh! Ich kann nicht... Nee, ich sag nicht, bei mich nichts ist nur die Panzer. Du denkst, wir haben genug Schäden? Keine andere Sache! Also, als wir aufgeladen sind, gehen wir nach der Renn, oder? Nein, ich habe einen Plan! Hi, Panzer! Ach, Mann! Was passiert? Ich scheitert wie... Ich bombe! Innerhalb vom Checkpoint beginnt? Was ist passiert? Hä? Hä? Ich bin nicht schuld, du bist schuld! Ach, meinst du, ich hab ihn geschneidest? Du hast euch zwei! Ach, meinst du, ich hab ihn geschneidest? Aufhörst zwei! Ach, meinst du, ich hab ihn geschneidest? Er ist auch auf zwei! We're gonna shut their tank down! You think we got enough guns? No such thing! So once we're loaded up, we're going after Lorraine, right? Don't worry, I got a plan. How's it coming, Pierce? Almost backed up. Soon the better. Which Panzer? There. Oh wow. Ich hoffe ich habe noch länger als ich ihn mal leben, ja ich glaube ich bin doch lieb und mal auftaucht. Ja 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 ja. Schrifft die Bombe! Wieso will ich die Mikroftware in der Philippi treffen. die Brust eines Carters ist im Weg ja, das ist mir egal und wie geht's hier im Weg? ist jetzt weniger oder was? ja, das ist nicht mal ein Problem warum hat er eine genommen mit großen Brüsten? bitte sie hat einen Stuhl hätte er einen Stuhl, der kleiner machen könnte theoretisch du könntest einfach seinen scheiß Charakter wie kleinere Trüsten geben ist die so kleinere? das sieht keine kleinere mehr was hast du gerade gesagt? ja ja geht's auch mit der Wagener? ich glaube ich sollte sowas nicht in der Aufnahme fragen ah ok ey, Kohn Extiles kann auch mal nackt spielen und das ist sogar doch besser doch besser let's take it abokon Extiles von mir ist das Dampfspielen meine werden sie unter den normalen ja, ich habe nur die die alte für 120 Euro ey, ich habe jetzt alles alle Designs von Häusern ich kann schöne Häuser jetzt bauen und ey, du musst, ich brauche nur dieses Material nicht, ich kann für uns schöne Kleidung und Waffen bauen, ich kann sogar Katana schmieden aber mit dem Verbesserungsmenü im Handy? d.h. man kann die Waffen in dem Handy verbessern? MICHEF ich habe nur noch ein mit sie sind im händler füge sie guck ich mir mal an wie machen wir das handy noch mal an Stimmt, da war was. Es gibt ja wirkliche Cheats. Cheats und Zufügen. Spielwelt. Verbesserung 6. Fähigkeiten. Ein besserer Mensch. Kaufe deine erste Fassbesserung im Verbesserungsjob. Nein! Ich habe Geld, um mich zu verbessern. 5% wie weniger Schaden durch Kugel. Okay, ich würde sagen, dass es die Ende der Aufnahmen oder was sagst du? Big Titty. So, das war es mit der ersten bescheuerten Folge von... SalesFour? War doch dein Name, oder? Ich habe den Namen vergessen. Vergiss, dass ich be-mastered nicht. Also bitte, das muss dabei sein. Ja, das war die erste... Wie gesagt, das war die erste bescheuerte Folge von SalesFour, wie man es hat. Und mal sehen, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Ne, wir scheuen da, ist immer besser. Also, von daher, bis zum nächsten Mal. Oder hast du noch letzte Worte? Hast du noch letzte Worte? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wie, weil... Oh, komm schon, jetzt kommt ein Hilferuf, oder was? Okay.